kannst du aber alles mit baummehl pushen muss ich halt bei mir auch noch was zu machen davon dann dass ich auch wirklich die hat nimm doch die charts mit die da oben drin wenn du welche brauchst oder das brauchst du also einen wenn du mit charts ausnimmst einen da muss nachher drin bleiben und sonst wenn du hier pflanzen brauchst dann nimm dir von den zehnern da welche weg weil ich pro sechs stück sechs von jeder sorte brauche ich von den pflanzen von den seeds ich nehme erst mal nur was ja nicht was zu machen was du brauchst alles von den blättern wir haben ja kein backpack mit mir drauf stimmt ja kein backpack noch mal 16 stück das sollten reichen absolut wo ich noch war hopper trotzdem habe ich kein eisenmangel momentan der mutter nicht verstanden ich habe kisten mehr stellen blau grün orange magenta nur zieren habe ich jetzt nicht weil davon nur eine büte da ist ja muss ich noch alles ein bisschen züchten ein bisschen höher machen ja das dauert das aber das könnte man ja offline machen die hochzüchten sich schon so nicht schon so könnte könnte ich glaube ein angaben fehlt mir nur noch schießt musik immer das rezept gemacht er stimmt ja was denn rotten flash mana pool gleich leder konnte man ja die erde ändern dafür braucht man den alchemie katalys aber dass das funktioniert ich habe überlegen zwei text macht geht das eigentlich auch mal das war brauche ich nicht große manner produktion was muss man ein soul sind produzieren sand okay geht einfach nicht schlafen geht einfach nicht schlafen wir essen damit was so dunkel sehen warum weiß ich doch nicht also das bett von mir mit ja und dann stirbst du kennst sein bettproblem wie live wenn du jetzt so stirbst hast du vorhin gerichtet danach stirbst du instant ich vermute mal meine anlage kriegt die grad so ein leichtes hebelt das problem es nennt sich strom und der sieft er hat schon eine dritte stufe von dem dann wirются du hast Nathan dann wie wir haben 2000 so 40.000 holz drin 1 2 3 kommt automatische eisen erzproduktion ich liebe es die große überlegung stehen ich kann nicht schon abkürzung hier die ich mir mal geschaffen habe die ganze weg den da immer hochlaufen muss und wenn du irgendwas vergessen hast wieder weil was könnte ich ja noch mal naja heute hatten wir schon ein bisschen drin diese kiste ist voll ein gefluid voller hat es voll fluid pipes da sind welche noch aber mir fehlen noch welche ach ja ja habe ich das noch reingemacht stimmt ja da war ja alles ich bin das buch alle buch kriege ich das noch mal hin da brauche ich Clay, Gravel und Sandry ok Gravel ist kein Problem ich komme an Gravel ran oder sollte ich zumindest ich wollte auch keine 10 Milliarden Stacks wir reichen 1 2 3 4 5 6 soo Snipe Stacksand und Stacks und Stacks Sollte reichen hier stellen wir mal würde ich sagen zack 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 da noch ich kriege den da am schnellsten jetzt das Ding raus gehen soo dann wir hier mal die Blätter rein zack zack kleines Holz rein das ist noch ein Generator ok warum auch immer das weiß ich nicht lalalalalala zack zack soo habe ich eine Schaufel habe ich nicht den müsste ich mir noch machen ich muss mich doch gleich mal wieder richtig hinsetzen das Ding waren so ungewohnt wenn du so wieder paar Minuten auf der Seite sitzt wieder paar Minuten auf der Seite ne ich hopp gerade auf dem Stuhl oh mein Gott ähm ich frag nicht warum ist vielleicht besser ich habe auch keine Ahnung warum ich das gerade mache weil du Langeweile und Kackkopf bist ich werde da hinstellen hoch hinaus das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht davon so brauchen wir nicht brauchen wir nicht Hauptsache es ist übertrieben ähm Wasser muss ich noch machen mir fällt gerade auf hm ach ne das täuscht nur 1,2 ja ich kann guck dir gerade von oben auf meine Blumenplattform ne guckst du hä irgendwie ist doch voll ungleichmäßig gestalten worden aber ist ja die linke Seite ja schon mit Blumen bestückt das Feld ist ja schon weg ja ooooo jetzt stirb erstmal wieder richtig hinsetzen ja kley 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 das tun wir auch nochmal mit rein Frage ist wo wollen wir es denn machen weiß ich nicht du musst es wissen ne Wasserquelle mittig ne noch was anderes noch was anderes damit ich bam ich hoffe dass hier noch genug Kohle drin ist das ist ja warum warum sind gerade Federn geflogen kommen hm wollen sie nicht ich weiß das gerade auch nicht irgendwo kamen gerade Federn her ok ob so du produzierst immer noch weiter Erde ja und was wollen wir damit haben haben was wollen wir damit haben was wollen wir damit die beste Antwort auf alles was wollen wir damit haben haben auf jeden Fall so viel hm hm das können wir immer so viel Erde mal gehabt haben also wir 10 Milliarden Currys aufgestellt haben ja was sonst äh was können wir da mal gucken äh was können wir da mal gucken äh ja noch mal fein machen äh ja ja die ganze egal was sie auf dem Boden fällt ne die vakuum chest frisst alles ich suchte gerade meine Items was was sind die ah komm tschüss ok no oh der Scheunendrescher hüppidi hüppidi hopp 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 centos ist bekloppt hopp kloppt ne 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 toch nein 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 das habe ich mit Waterherstellung das heißt wir müssten unten in der Cage mit Sand hin das war woi nicht doch du hast mich gemobbt nimm mir dafür noch ein Sick mit noch gut dann okay ich mit euch noch zu lachen warum kommt ihr geko- oh mein Gott so so, gleich nochmal zurückrägen yeah hehehehe ich weiß was gerade passiert ist ploppen items unten wir haben doch bags die plastiktüten so dann wollen wir mal ein bisschen essen reinschmeißen das wasser richtig setzen ich will noch raus ploppen geht weg ich hab hier einfach mal so noch mal in der erde wilge reingehauen für wasser einfach so wasserweg reinsetzen ist auch gar nicht mal verkehrt einfach so kross und quer einfach mal durch gewasht ich glaube ich sowieso vor macht uns jetzt im schluss noch dort noch das ist komisch aus den manchen stellen tut so manchmal immer neuer natur ist auch nicht alles gleichmäßig da noch da noch wie fährt sich natürlich das wasser weil biome gibt es ja trotzdem in der luft auch noch das ist dunkel ja schlafen kann nicht ne fängt da drunter ich denke das beleuchtet auch nicht bei mir ja dann geht's ja eigentlich das ist das wasser wasserfläche hier unten ist auch alles ausgeleuchtet hoffentlich rennt er auch ja da sollte nichts passieren